Sony Vegas Pro oder After Effects? Das ist eine der wohl am häufig gestelltesten Fragen. Dabei kann man diese Programme überhaupt nicht vergleichen und warum das so ist, werde ich in diesem Video erklären. Wenn man Sony Vegas mit einem Programm der Creative Suite vergleichen möchte, dann wäre das wohl Premiere Pro. Doch warum ist das so? Warum kann ich After Effects nicht mit Sony Vegas Pro vergleichen? Ganz einfach, Sony Vegas Pro ist ein Programm zum Schneiden, Arrangieren und Bearbeiten von Videos. Doch was meine ich, wenn ich Bearbeiten sage? Mit Bearbeiten in Sony Vegas Pro meine ich das Ändern von Kontrasten, Sättigungen, das Hinzufügen von Übergängen, Vignetten, Sounds oder kleineren Effekten. Genauso wie Premiere Pro. Nicht umsonst bietet Premiere Pro die Möglichkeit, After Effects Kompositionen zu importieren und After Effects die Möglichkeit, Premiere Pro Projekte zu importieren und zu bearbeiten. Aber wofür ist dann After Effects da? Ganz einfach, für Special Effects, kleinere 3D-Effekte, zum Gestalten eigener normaler Effekte, das Perfektionieren von Effekten, das Tracken von Bewegungen und natürlich für alles, was nichts mit sogenannten realen Videos zu tun hat, wie zum Beispiel animierte Hintergründe und Intros. Nur für eine Sache ist After Effects beim besten Willen nicht gemacht, das Schneiden. Man kann also zusammenfassend sagen, dass After Effects für alles da ist, was mit Premiere Pro bzw. Sony Vegas Pro nicht geht. Das ist eine zugegebenermaßen sehr abstrakte Zusammenfassung, die jedoch klar macht, was man mit den verschiedenen Programmen macht. Und das sind nur drei von abertausenden Programmen. Abschließend kann man also sagen, dass After Effects und Sony Vegas Pro keine Konkurrenten sind und man daher eher Premiere Pro und Sony Vegas vergleichen sollte. Und welches von diesen beiden Programmen ist besser? Das ist eine andere Geschichte. Macht euch doch ein eigenes Bild und testet die Programme auf den Webseiten von Adobe und Sony Vegas. Der Link ist in der Beschreibung und wird es Adobe, Adobe oder Adobe ausgesprochen. Schon wieder eine andere Sache. Ich wünsche euch viel Spaß beim Testen dieser Programme und wenn ihr mal nicht weiterkommt, wisst ihr ja, wo ihr Tutorials findet. Und sollten wir mal kein Tutorial gemacht haben, dann freuen wir uns über jede Anfrage an info at mytutorial.com.